Das Finale einer denkwürdigen Champions League Saison findet seinen Höhepunkt im Estadio Dalus zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München. Wer holt sich die größte Trophäe im Vereinsfußball? Um diesen Pokal hier soll es gehen und der FC Bayern München in den roten Trikots in der ersten Halbzeit von rechts nach links legte sehr gut los gegen PSG, die auch nach vorne aktiv waren und dadurch Räume offenbarten, Coman, der heute in der Startaufstellung statt Paris Saint spielte, aber eigentlich mit der falschen Entscheidung. Trotzdem kommt in der zwölften Spielminute eine richtig gute Chance zustande. Thomas Müller setzt das erste Aussufezeichen dieses Abends Sergei Rico mit der guten Parade wert zum Eckstoß. PSG setzte sich ja gegen Leipzig durch, vorher sehr knapp gegen Atalanta Bergamo, das Halbfinale dann aber von den Franzosen tatsächlich ziemlich gut geführt. Der FC Bayern München hatte aber keinen großen Respekt davor, sind sie doch auch hier nach dem 8 zu 2 gegen Barcelona und dem 3 zu 0 gegen Lyon leichter Favorit. Hier eine Abseitsstellung, es hätte gefährlich werden können, aber die Fahne ging frühzeitig hoch. Auch fragwürdig, ob das die richtige Entscheidung war. Aber von PSG nach vorne wenig zu sehen. Bayern hatte die perfekte Offensiv-Defensiv-Balance, sodass vorne auch Chancen bei rumkamen. Thomas Müller. Das gute Auge für Gnabry, der liegt direkt zurück. Müller zu Lewandowski und der Ball ist im Tor. 25. Spielminute, das 1 zu 0 für den FC Bayern München. Und so frei darfst du ihn dort einfach nicht stehen lassen. Kein Abseits. Dem Polen wird nachgesagt. In großen Spielen oft unsichtbar zu sein. Allerspätestens jetzt dürften diese Stimmen erstmal abklingen. Das verdiente 1 zu 0 für den FC Bayern München und sie wollten gleich einen drauflegen. Der Ball von Coman hier wieder suboptimal. Juan Bernat kann es klären. Ex-Münchner auch für ihn eine spezielle Geschichte. Sie werden sich erinnern an die Geschichten rund um Juan Bernat. Lewandowski bleibt im Ballbesitz. Lewandowski gegen Sergio Rico in der 33. Minute. Diesmal der zweite Sieger. Das 2 zu 0 hier schon durchaus möglich. Aber starke Parade des Pariser Schlussmanns. Knapp 10 Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Für Paris war es die beste Nachricht, dass es nur 0 zu 1 stand. Und jetzt kam sie nach einem Eckball der Bayern zum Kontern. Neymar Junior. Wunderbarer Übersteige. Flanke mit dem Außenriss. Und in der Mitte ist es Angel Di Maria, der den Kopfball aber viel zu mittig platziert. Manuel Neuer hat kein Problem, den Ball zu parieren. Es ging mit dem 0 zu 1 in die Pause. Es war absolut verdient. Daran bestand kein Zweifel. Aber der FC Bayern München wusste, dass PSG in einzelnen Situationen trotzdem immer zuschlagen kann. Deswegen konnte man sich auf diesem 1 zu 0 selbstverständlicherweise nicht ausruhen. So ging es weiter nach vorne. Goretzka. Stark vorgelegt von Thomas Müller und abermals Sergio Rico. Mit der guten Tat. Super Dropkick von Goretzka. Der hätte gepasst. Der senkt sich fies. Aber auch der Schuss etwas zu zentriert. Stunde gespielt. Was war mit PSGs super Offensive los? Paredes. Gutes Auge. Rechts außen. Dann Kehrer zu Di Maria. Aber was für ein Stellungsspiel von David Alaba. Ganz wichtig, dass er dazwischen geht. Sonst vielleicht auch Boateng da trotzdem. Das ist einfach gut. Der Pass von Di Maria auch nicht optimal. Aber was der Österreicher macht, durchaus ansehnlich. Wir springen schon in die Schlussphase. Kingsley Coman treibt noch einmal an. Weite Schritte. Weite Meter. Der Pass zu Müller. Eigentlich gut. Aber es kommt kein wirklicher Abschluss zustande. Sergio Rico hat den Ball fest zwischen den Fingern. Bayern aber gab auch Räume auf. Paredes. Ander Herrera. Es wurde offensiver. Neymar. Mbappé und Juan Bernat. Der Pass. Gut. Aber Mbappé im Abseits. Das ist ein kleines Sinnbild dafür, was bei PSG heute alles auch nicht klappte. Es war kein schlechtes Spiel des französischen Meisters, aber eben auch kein ansatzweise perfektes. Und das wäre heute gegen diese Bayern vermutlich vonnöten gewesen. Nachspielzeit. Nur zwei Minuten umdrauf. Es gab keinen Anlass, wirklich viel drauf zu geben. Thiago Ander Herrera nochmal mit dem Befreiungsschlag. Die Nachspielzeit aber nahezu abgelaufen. Und dann war es vorbei. Nach 2012, 2013 gewinnt der FC Bayern München mal wieder die Champions League. Und wenn man sich den Turnierverlauf anschaut. Dann kann es eigentlich auch nur einen Sieger geben. Und das ist eben der FC Bayern München. Und der Freude konnte nun Freilauf gewährt werden. Und um 22.58 Uhr deutscher Zeit am Sonntagabend stemmten die Münchner die Trophäen, die Lüfte. Sie holen sich den Pokal durch den Siegtreffer von Robert Lewandowski. Und feierten im Estadio da Luz. Und dann bin ich auf 19.000 Uhr. Und dann keiten Sie sich das. So难 war es. Und das ist ebenso das. Untertitelung des ZDF, 2020